Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dark Souls 3. Das ist die letzte Folge von dieser Aufnahme, wo mir die Tonspuren leider kaputt gegangen sind für Kommentar- und Spielsound. Insgesamt also sechs defekte Folgen, die ich jetzt so ein bisschen nachgesprochen habe, damit es für euch nicht so ganz dröge ist. Ja, und was ich in der fünften Folge bekommen hatte, war der Wandlungsofen von dem verflucht, verderbtes Großholzer, wie dieser Baum auch hieß. Und ich gucke jetzt gerade, worum man diesen Wandlungsofen einsetzen kann. Und dafür habe ich jetzt gerade mit dem Schmied gesprochen. Dachte mir so, ja, Wandlungsofen, was macht der? Verwandelt Waffen oder was? Und irgendwer muss den ja gebrauchen können. Und ich spreche jetzt gerade mal mit den ganzen Protagonisten im Feuerwehrmannschrein, klapper die alle mal so ab und gucke mal, wer von den Leuten das Ding gebrauchen kann. Ich dachte jetzt erst, der Schmied, vielleicht geht es auch hier am Feuer. Läuft Feuerstufe 2, okay. Was auch immer das Läuft Feuerstufe 2 zu bedeuten hat. Ich gucke mal, ob man da irgendwie über die Waffen da irgendwie drankommt. Also ich weiß, der ist bei den besonderen Gegenständen irgendwie drin, glaube ich. War das, ne? Ja, ich glaube. Und irgendwer, ich weiß nicht, irgendwer muss ja den benutzen können. Oder ich muss irgendwo einen Platz finden, wo ich den einsetzen kann. Also, weiß ich nicht, so hinstellen kann. Vielleicht wie so ein Schmiedeeiserner Ofen oder so. Oder wie so ein Feuerofen oder... Ich habe keine Ahnung. Ich hatte ja auch wegen... Irgendwas habe ich da nachguckt. Genau, wegen dem untoten Knochensplitter. Also so benutzen geht einfach nicht. Benutzen, ablegen, löschen? Keine Ahnung. Da stand es jetzt gerade auch mit der Herstellung. Ne, und hatte wegen dem untoten Knochensplitter mal nachgelesen in so einem Itemguide. Wollte das aber auch nicht übertreiben. Deswegen habe ich jetzt zwischen den Folgen auch nicht nachgeguckt wegen dem Wandlungsofen. Dann hatte ich mir, ich versuche das mal selber rauszufinden. Nachgucken kann man immer noch. Ich möchte mich auch gar nicht spoilern und die Sachen eigentlich selber rausfinden. Nur weil mich das mit dem Flakon plus eins orientiert hatte und ich einfach nicht klarkam, warum das jetzt nicht sieben sind. Habe ich mal kurz gespickt. Das habe ich aber erzählt. Also wenn ich sowas mache, dann sage ich es auch. Oder wenn der Tipp von jemand anderem kam, aus dem Real-Life-Umfeld oder aus den YouTube-Kommentaren, sage ich das in der Regel auch. Und versuche mir auch den Namen zu merken, dass ich es erwähnen kann. So, André, jetzt mach mal ja was mit dem Ofen. Bla, 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 schmiedet sie gut und so weiter. Und so weiter. Keine Ahnung. Vielleicht eher hier mit der Pyromantie. Oder hatte ich schon mit dem gesprochen? Ich glaube, mit dem hatte ich schon gesprochen. Ja, mit dem Dieb hatten wir. Hatte ich auch schon gesprochen, oder? Komm, wir probieren es einfach nochmal, bevor ich nachher einen vergessen habe. Mache ich es lieber nochmal so irgendwie und gehe es alle nochmal schnell durch. Ja. Keine Ahnung. Ja, ich überlege, ob man irgendwie eine Waffe oder so oder die Ausrüstungsgegenstände reinmacht. Reinziehen muss dafür. Auch nicht wirklich. Hätte ja sein können, dass wenn die wie so ein Item benutzen muss, da unten drin, wie ich es gerade so durchscrolle. Nicht wirklich. Aber die, aber stimmt, diese schwarze Feuerbärm bekommen wir mal raus. Ich weiß gar nicht, wo wir die bekommen haben. Ich glaube, bei der hohen Mauer von Lodrig. Da können wir mal ruhig was anderes reinmachen. Estus-Regeneration blockieren. Das sind Waffenmittel da, die Harze. Tja. Da ist noch die Seele, die ich mal verwenden will. Ja, ich benutze, ich mache mal diesen, 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 diesen Zweig da rein, glaube ich. Na, dann können wir den vielleicht schneller mal oder spontaner mal verwenden. Wo ich mal, äh, mich interessieren würde, äh, ob die anderen Gegner da auch reinfallen. Äh, oder darauf reinfallen. Und, ähm, ob man sich auch in andere Sachen, ähm, in, macht Seelenwandlungen möglich. Oder hat das doch nichts mit Waffen zu tun? Äh, ob andere, wo, wo drin wir uns noch verwandeln mit dem weißen Zweig, wollte ich sagen. Oder ob andere Gegner da auch reinfallen. Oder ob das nur für den Online-Modus wieder ist. So wie einige Items hier, für den Multiplayer. Ähm, aber so schlecht wie ich in dem Spiel bin, möchte ich gar nicht, äh, Multiplayer damit spielen. Vielleicht kooperativ mal irgendwie oder so. Na, keine Ahnung. Saß hier noch irgendwo einer, der vielleicht, vielleicht hat der damit irgendwas zu tun? Aber, wie gesagt, macht Seelenwandlungen möglich. Wir haben ja eine Seele von dem Baum. Deswegen verwahre ich die einfach mal. Ähm, oder doch Waffen? Ich weiß es nicht. Ja, kann der damit irgendwas anfangen? Ich steckte euch vor einiger Zeit diese roten Augen zu, okay? Ihr müht euch sehr ab, also interessiert es euch vielleicht. Wenn ihr euch nach einem guten roten Augapfel sehnt, einem ohne Risse, dann tötet den Finstergeist, den Überlebenden des vom Finsternis verschlungenen Landes. Haben wir den Finstergeist nicht so? Er ist seit langer Zeit in Gefangenschaft, in der tiefsten Zelle in ganz Lodric. Aufzugsraumschlüssel. Ach, nice. Ich seh jetzt noch in den Augen, ohne still und blündern, was hättet ihr da noch zu tun? Ich glaube, ich weiß, welcher Schlüssel das ist. Da in der Nähe, wo wir den Dieb befreit hatten, seiner Gefängniszelle, ne? Glaube ich. Hm. Aber egal, mehr hat er nicht zu sagen. Ich gehe zum ersten Mal auf den Wandungsofen und ich glaube, ich renne jetzt hier nochmal ein bisschen rum und probiere das mal aus. Offscreen. Und sobald ich eine Idee habe oder das gefunden habe, dann melde ich mich bei euch nochmal wieder. Bis gleich. Macht's gut soweit. Tschö. Hallo und da sind wir auch schon wieder in der gleichen Folge nochmal. Ja, dem letzten Rest der Aufnahme. Ich suchte ja irgendjemanden, der mit dem Wandungsofen aus dem Anfang konnte oder wo ich ihn auch mal hinstellen kann. Und das ist der einzige Charakter, mit dem ich noch nicht gesprochen habe. Schauen wir mal. Reden, ob der das ist, wenn nicht, muss ich nochmal weitergucken oder schmeiß diesen Aufnahmeschnipsel weg. Ich muss mal gucken. Ich habe alles nochmal abgesucht. Es ist nur noch der, den hatte ich ganz übersehen. Nur zu, nur zu. Meine Füße sind fest verwurzelt. Ja, okay, das kennen wir ja schon. Denn ich bin ein Fürst und dies ist mein Thron. Wandlungsofen hergeben. Ich wusste es echt nicht. Ich habe mich auch nicht gespoordert. Ich habe echt, ja, ich möchte ihn hergeben. Das war jetzt nur ein Versuch. Oh, wahrhaftig. Ein Wandlungsofen, blablabla. Ja, geschunden, aber er wird genügen. Tja. Nun, bringt mir eine verdrehte Seele. Tja, und ich hatte ja schon die Vermutung. Wandlung ist die Kunst, die Essenz einer Seele zu extraieren und zu verschmelzen. Bei der Wandlung einer verdrehten Seele wird ihre wahre Macht auf euch übertragen. Eure Aufgabe ist es, Fürsten zu suchen und zu vernichten. So habt ihr Verwandlung nichts zu befürchten. Tja, deswegen ärgert mich jetzt so ein bisschen, dass wir die anderen Seelen schon verbraucht haben. Schon in Anführungsstrichen. Fürs Steigern natürlich. Weil da sieht man schon, dass man, ich blende mich nochmal aus, damit ihr das auch seht, was das so kostet oben rechts mit den Seelen. Großholz eines Dämons stand beim nächsten schon, das könnte Kristallwesen auch gewesen sein, Iodex. Also es waren ja noch keine Fürsten, wahrscheinlich kriegen wir, genau, da steht zum Beispiel Fort von Mordvintal, stand da gerade schon, die Seelen haben wir alle so verbraucht. Und, ähm, ja, das heißt so verbraucht. Wir haben die aufgelöst und zum Steigern benutzt. Und, ja, dabei hätten wir hier irgendwelche Waffen rausbekommen, die speziell sind. Und, ähm, tja, das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, da gibt es noch mächtigere Endgegner, die noch bessere Waffen, äh, ja, erzeugen als jetzt die, ähm, die Seelen, die wir schon verbraucht haben. Da gibt es ja noch bessere Gegner, ne, denke ich mal. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir die Waffe brauchen oder nur die Seele plus den Seeleneinsatz. Ich glaube, er, äh, man braucht gar keine Grundwaffe dafür, man braucht nur die Seele des Endbosses, glaube ich. Und dann kriegt man diese Waffe geschenkt. Ja, oh, Priester das linke Auge, regeneriert TP mit Folgeangriffen. Das ist auch sehr nett. Leider haben wir den, die Seele vom, vom, von dem Wachhund nicht mehr von Fjord. Äh, das, es war, glaube ich, ein Ring. Und, äh, das heißt, wenn wir Folgeangriffe machen, kriegen wir TP wiederhergestellt. Ähm, gut, jetzt da war der wieder das Gleiche, das kennen wir schon. Also, das heißt, wir müssen diese Sachen mal verwahren. Jetzt haben wir ja noch diese verdrehte Seele von dem Baum. Sobald wir mal ein paar Seelen überhaben, machen wir das mal. Und, äh, wenn wir dann diese Special-Waffe bekommen und die dann nicht benutzen, sondern einfach nur haben, dann ist das eben so. Vielleicht kann man die auch für mehr als tausend Seelen dann wieder verkaufen. Ja, mal gucken. Äh, wie kommt man denn jetzt wieder rauf, ohne runterspringen zu müssen, um Schaden zu erleiden? Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo ein bisschen, na, doch, hat funktioniert. Nee, ich dachte, jetzt kriege ich Schaden beim Runterfallen. Ähm, tja, was bleibt noch zu tun? Genau, wir haben den Gefängnisschlüssel. Äh, nee, Quatsch. Den Aufzugsraumschlüssel haben wir bekommen, letzte Folge. Und wir haben noch den Grabschlüssel für die abkürzende Erkanalisation. Und genau, da gehen wir jetzt hin. Dann haben wir, glaube ich, auch die untoten Siedlungen komplett abgefrühstückt. Ähm, denke ich mal. Und ich muss mal gucken, wie wir da jetzt, äh, wie erfahrt der Opferung, scheint schon das neue Gebiet zu sein. Ich glaube, äh, abbruchreife Brücke wäre das, wäre das Bessere gewesen jetzt. Mal kurz gucken, genau. Die Senkgrube war jetzt da, wo der Baum hingefallen ist und wo wir uns über die Käfig-Schleich-Aktion hinbringen lassen konnten. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Das würde ich mal ausprobieren wollen irgendwann. Ähm, wir gucken uns, glaube ich, erstmal die Abkürzung an, würde ich sagen. Äh, ich notiere mir das auch gerne mal eben. Ähm, das können wir eigentlich nochmal ausprobieren, ne, mit dem Käfig, ob das noch geht. So, Käfig. So, funktioniert noch? Fragezeichen. So, aber das, jetzt gucken wir uns da erstmal die Abkürzung an, halt, wie gesagt. Den nehmen wir gerne nochmal mit, das ist ein lohnenswerter Gegner. So, irgendwie 352 Seelen und wir sind ja mittlerweile relativ routiniert, den zu besiegen, nicht wahr? Da warte. Da fällt er auch schon runter, yeah. Ja. So, zack, 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 da liegt er auch schon. So. Äh, die Abkürzung, genau. Da brauchen wir eigentlich nur hier drüber, durch die Kandellisation, oder nicht mal ganz durch, das ist ja mittendrin, da unten im Schacht. So, einmal da runter. Wie, wie, wie. Wie, wie. Jo, komm, 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 komm. Und, ja, Flugangriff. Äh, war schon, so viel Energie runter, da ist es eine Kleinigkeit. So. Das sind nochmal die kleinen, äh, ja, ich glaube, hier ist auch schon die Tür. Die können wir jetzt, glaube ich, öffnen, können aber erst noch ein Stück weiter. Ich notiere mir nochmal eben was. In der Zeit macht der Vergangenheits-Hulgur mal eben die, die Tiere platt. Wie gesagt, nicht, dass ihr glaubt, ich scheete jetzt hier oder fake hier. Nein, ich synchronisiere einfach nur ein bisschen meine kaputte Aufnahmen nach. So. Zack, weil Dark Souls ist so, äh, so, nicht erfolgreich, erfolgreich ist es bestimmt auch irgendwo, so umfangreich, dass ich mir so ein paar Sachen mal notieren muss. Entschuldigung. So, und da ich die Folgen selber nicht regelmäßig gucke, weil ich einfach keine Zeit habe, jetzt aber gerade dazu komme, und gesehen habe, dass ich mir das so nicht notiert habe, habe ich das mal eben gemacht. So. Überrestreplündern. Lendentuch. Wow. Wow. Super. An der Statue von Velka beten. Vergebung bitten, Läuterung erbitten. Äh, es wurde nicht gesündigt. Du bist nicht verflucht. Okay. Okay, was immer das auch heißen mag, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich kann mir das merken, für den Fall, dass wir mal verflucht sind oder mal gesündigt haben oder sowas. Äh, ich glaube nein. Ja, ich hoffe, ich kann mich daran erinnern. So, und das hier sieht doch irgendwie nach einer Falle aus. Äh, Rotgriff Hellbade. Schön. Okay, sind doch nicht angegriffen worden. Ich dachte jetzt schon. Sah irgendwie danach aus, wenn da irgendwie was runterkommen würde. Ich traue dem Braten auch nicht, ehrlich gesagt. Okay, schauen wir mal vorsichtig weiter. Äh, ja, äh, auch ein simbigeiler Effekt. Cool, da setze ich das Skelett so zusammen. Äh, okay, das war überraschend schwach. Ich dachte jetzt, äh, das wäre so stark wie so Mutantengegner oder so. Dann ist doch das da oben bestimmt auch ein Skelett, oder? Ja. Ja, also das ist gut, wenn man es jetzt einmal weiß, ist das jetzt nicht mehr so eine Überraschung. Die sind aber relativ groß und haben irgendwie so ein Holzding oben im Schädel, ne? Okay, ja, da kommt noch eins, glaube ich. Der hat jetzt keinen, der hat einen Helm auf, also der hat keinen Geweih, meinte ich. Seele eines unbekannten Reisenden, nice. Äh, da setzt sich auch mal was zusammen. So, das wäre geschafft. Ja gut, jetzt wie gesagt, wenn man es weiß, ist das jetzt nicht mehr so. Ja gut, der setzt sich wahrscheinlich erst zusammen. Das tut mir leid, will jetzt nicht die Spannung rauben, aber es ist offensichtlich. Die Knochen schweben ja. Also die Knochen hinter uns, die haben nicht mal den Boden berührt. Der größte Teil davon, der flog in der Luft rum. Also das konnte ja nur eine Falle sein, lieber Entwickler. Also dann müsste er schon das Clipping ein bisschen genauer machen, ja? Wenn einem das floppen soll. Aber gut. Egal, weiter im Text. Trotzdem cooler Effekt, kann man nicht drüber streiten. Ist gut gemacht, aber nicht so gut. Ja, ach ja, und jetzt kommen wir in den Graben rein, wo uns schon mal dieser eine Pottgeeker reingefallen ist. Und ja, das ist auch so ein Scherbentier, schön. Hey, bleib stehen. Ich kriege die doch sowieso, jetzt renn doch nicht weg. Ich bin noch froh, dass das nicht durch Wände abhauen kann, weil Wände gibt es ja für Gegner irgendwie nicht. Jawohl, das haben wir. Was kriegen wir, was kriegen wir? Oh, das habe ich zu schnell weggedrückt. Oh, da kommt echt einer runtergefallen. Von den Pottgeekern. Weil einer fällt sowieso ab und zu runter, hatte ich ja schon gesehen. Und einer springt auch freiwillig runter. Jetzt muss ich später gucken, was ich gesammelt habe. Ich weiß es jetzt nicht. Jetzt ist der erst mal wichtiger. Zack. Schön einen Hieb, einen Stich versetzt. So, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja. Los, dreh ruhig ein bisschen durch. Wenn du dich dann wieder beruhigt hast, dann kriegst du von mir wieder einen Schwert-Hieb. Ja, komm noch, komm noch. Jawohl. Jetzt aber. Zack. Wieder ein Hieb. Viel mehr ein Stich. Viel mehr. Weg, weg. So. Sollten wir es schaffen, ohne dass er uns trifft. So, jetzt ist es unsere Chance. Und wenn er dann eine Pause macht, dann haben wir ihn. Sauber. Und ohne, dass er uns überhaupt ein Härchen gekrümmt hat, haben wir den jetzt erwischt. Nett. So, kleine Titanscherbe. Auch schön. Noch eine. Dann können wir vielleicht mal was anderes noch steigern. Das Schwert braucht ja eine große und das andere irgendwie ein Titanit oder irgendwie sowas. Nett. Dass man auch so verschiedene Sachen braucht. Dann braucht man nicht immer sich entscheiden, was macht man damit und was macht man damit nicht. Dass verschiedene Waffen auf verschiedene Steigerungsoptionen ziehen. Das ist ganz nett. Das finde ich wiederum gut. So, und geradeaus oder? Da wo? Ich bin gerade ein bisschen. Oh. Ist das nicht die Missionarin da oben? Die Keule von der Missionarin? Könnte sein. Es bewegt sich leicht. Ihr wisst ja, die hat so eine riesen Metallkeule in der Hand, ne? Gucken, ob wir die erwischen. Ja. Das. Ist das ihr Hut? Ich weiß es nicht. Ich probiere mal, den zu treffen. Klong. Das war genau den Kolben getroffen da. Klong. Oder ist das der Stein? Ist das so eine unsichtbare Wand? Ne, ich glaube, das prallt irgendwie vom Felsen ab oder so, ne? Hm. Nehmen wir ein Stück weiter zurück. Ah ja, die stecken jetzt im Stein irgendwie die Pfeile, glaube ich. Klong. Toll. Ich dachte, ich könnte die Missionarin mal ein bisschen ärgern von hier unten. Gut. Dann nicht. Dann gehen wir erst mal weiter. Ja, und das ist doch bestimmt eine Rattenfalle, oder? Gucken, ob wir die... Ratte, die müsste ja eigentlich anfällig sein für Feuer, ne? Ach. Ist doch egal. Bogen vielleicht. Wir locken die erst mal. Okay, okay, okay. Lohnt sich irgendwie nicht. Auf sieh! So, und ich habe den Eindruck, hier kommen gleich noch mehr aus den Löchern. Das ist bestimmt ein Hinterhalt. Ja, da sind doch auch offen die Löcher. Also sobald wir jetzt da den... Ja, genau. Ist doch klar. Ja. Ja, ja, da kommen sie jetzt zu Scharen, ne? Ist doch klar. Das war so offensichtlich. Obwohl, das sind nur sechs Stück gewesen, ne? Das ist... Ich hatte jetzt mehr erwartet oder so. Obwohl, ja, jetzt haben sie uns doch ein bisschen verletzt. Aber im Prinzip... Ja, gut, mit der einen waren es jetzt sieben. Ich hatte jetzt gedacht, jetzt kommt echt so eine Riesenschar an. Seele verloren in Leichnen. Heiliger was? Talisman irgendwas? Das ist eine Waffe, glaube ich, ne? Wo ist es? Wo ist es? Ja, nicht so eine Waffe. So eine, genau. Heiligen Talisman. Das ist so eine Waffe, so eine Magiewaffe halt. Ja, werden wir wohl nicht brauchen. Egal. Bringt ein bisschen Kleinvieh auch, wenn wir den verkaufen. Dann ist gut. Und jetzt erstmal gucken, wo uns der Weg noch hinführt zur Abkürzung. Eigentlich müssten wir ja oben irgendwo rauskommen an so einer Gittertür. Wir haben die andere Seite ja schon gesehen. Der Stand ist verschlossen oder so. Oder nur von der anderen Seite zu öffnen. Mal gucken. Genau, da ist es. Und ja, genau. Da ist auch die Frau, die es irgendwie nicht zur Feuerwandschreiendienerin geschafft hat. Ah, ist da wer? Ist da jemand? So antwortet doch. Bitte, wer immer ihr auch seid, berührt mich bitte. Schwein. Das haben die Priesterinnen alle, ne? Das Dunkel umgibt mich und verzerrt mein Fleisch. Wieder Dunkel und Fleisch. Winzige Wesen, die fortwährend an mir nagen. Nein, das waren die Ratten. Habt Erbarmen und reicht mir eure Hand. Berührt mich. Mein Innerstes. Ja, super. Wir berühren die einfach mal. Die gute Dame ist nicht ganz weisig, glaube ich. Ah, da seid ihr ganz nah bei mir. Spürst du meine Glut, Baby? Also, ich bin noch nicht gänzlich allein. Aber bald. Dank sei den gnädigen Göttern in der Höhe. Gebet. Ja, schön. Neue Geste, die können wir ja gleich mal ausprobieren. Wie gehen wir das nochmal? Jetzt testen? Nein, die wollten wir natürlich nicht testen. Sondern wechseln und Gebet, Gebet, Gebet. Wie sieht das denn aus, so ein Gebet? Da, genau. Das ist aber ein merkwürdiges Gebet, ja. Naja, egal. Reden wir nochmal mit ihr. Oh, vergeb mich, ich bin Irina von Karim. Ich reise in dieses Land, um eine Feuerhüterin zu werden. Eure Berührung hat mich vom Dunkeln befreit. Seid ihr also ein Meister? Ein Meister, ihn kaputt machen. Wir haben einen Baum gefällt. Ich bin zu schwach, um die Flammen zu hüten. Aber wenn es euch beliebt, trete ich stattdessen gerne in euren Dienst. Nimm ihre Dienste an. Ja, dann machen wir das. Herzlichen Dank, edler Meister. Ich leiste meinen Schwur. Ich, Irina von Karim, schwöre feierlich, euch zu dienen. Und wieder einmal jemand, der sich einfach durch Wegbeamen selber hätte befreien können. Ich sag nur, der Dieb und die anderen Leute so. Und ja, machen einfach Verschwindibus und sind dann im Feuerband schreien. Das hätten sie auch vorher haben können. Aber gut, vielleicht war unsere Berührung ausschlaggebend. Ja, so, jetzt können wir auch diese Gittertür hier endlich öffnen. Und ja, ihr seid aufgebrochen, sie zu retten. Wie? Wie seltsam, Kreaturen zu bemütteln, die jenseits aller Hilfe sind. Und mir fällt gerade auf, ich habe ihn beschossen. Das ist nicht die Priestin. Die Priesterin steht weiter da hinten. Nun gut, mir langt es sowieso, mich um sie zu kümmern. Ich habe also auf ihn geschossen. Da war gar keine Priesterin. Ich bin Aegon, ein Ritter von Karim. Oder auf Deutsch Aegon. Ich bin euch verbunden, solange ihr die Sicherheit des Mädchens gewährleistet. Und nur so lange. Okay, ja. Der verschwindet jetzt nicht. Also wir haben ihn tatsächlich von da unten beschossen. Und ich dachte, das wäre so eine Missionarin gewesen oder sowas. Ich bin euch verbunden, solange bla bla bla. Genau, also solange die Dienerin lebt, ist ja uns verbunden. Was immer das auch heißen mag. Hätte man auch die Dame vorher befreien können? Und dann hätte der uns im Kampf gegen den Baum geholfen? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Und keine Ahnung. Hätte ja sein können, ne? Dass wenn wir den Schlüssel vorher verwendet hätten... Ah, ich will noch mit. Prost. Wenn wir den Schlüssel vielleicht vorher verwendet hätten und die Dame befreit hätten, der wäre in unserem Dienst gewesen, hätte das vielleicht so aussehen können, dass er dann mit uns gegen den Baum kämpfen hätte können oder hätte wollen. Keine Ahnung. Werden wir jetzt nicht mehr rausfinden, jetzt zu spät. Aber so schwer war der Baum auch nicht. Ach gut, mit seiner Unterstützung wäre es einfacher gewesen. So, dann können wir uns ja mal die gute Dame im Feuerbandschrein angucken, wo die jetzt sitzt und was sie so kann. Ach nein! Genau, wir haben ja noch den Schlüssel, den... Wie war das? Fahrstuhlraumschlüssel. Und ich habe ja die Vermutung, dass... Genau, dass diese Tür, die noch verschlossen ist, in der Nähe des Ortes ist, wo wir den Dieb befreit haben. Ihr erinnert euch, ne? Den haben wir aus der Gefängniszelle befreit. Und ich glaube, da in der Nähe war auch noch eine andere Tür, die verschlossen war. So, mal kurz gucken. Ja, der Drache ist weiterhin verschwunden. Wir haben den Drachen ja verscheucht vor ein paar Folgen mal. Und den haben wir nicht besiegt, der ist weggeflogen. Und ich hoffe, ich kann mich jetzt richtig erinnern, dass das hier die richtige Gegend war, wo diese Tür war. Da ist der Lotteregritter, den können wir uns da noch mal angucken. Jetzt, oh, Mist, dieser Meuchler hier, den... So, ich glaube, den Lotteregritter, den können wir einen guten Mann sein lassen. Oder nehmen wir den noch mit? Wir sorgen erst mal für einen sicheren Kampfplatz hier. So, komisch, von dem Betenden kriegen wir echt ein bisschen Seelen ab. 39 waren das jetzt. Das war sogar mehr als für den Kämpfenden, komischerweise. Und bei den anderen Betenden da in der Untotensiedlung haben wir teilweise gar nichts gekriegt. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Mal gucken, wie gut oder wie schlecht wir jetzt den Lotteregritter besiegen können. Wird mich mal interessieren. So, jetzt können wir sogar den seinem Schlag abwehren, ohne dass wir Schaden bekommen. Also man merkt schon, dass der Ritter nach und nach immer stärker wird. Mal gucken, selbst den Lotteregritter wärmen wir jetzt gut ab. Das ist natürlich schon wirklich eine Verbesserung. Klar, jetzt hat er uns einmal kräftig erwischt, weil die Aussage auch niedrig war. Ja, und da geht er auch schon zum Boden. Schwert des Lotteregritters. Nett. Das hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Mal kurz ein bisschen in Deckung gehen, bevor die anderen da hochstürmen. Und gucken wir uns das nochmal an. Robustheit 80. Und ist unserem Schwert, ja gut, unser Schwert ist jetzt gesteigert. Langschwert plus 3 haben wir natürlich. Da kann das Lottrickschild jetzt, das Lottrickschwert nicht ganz mithalten. Aber kritisch und Magie, Dunkel und Haltung sind höher. Interessant. Also vielleicht würde sich das lohnen, das noch zu steigern. Das hat bestimmt nachher die besseren Werte als unser Schwert. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen und was wir dafür brauchen vor allem. Zack. So, mal schnell ausweichen. Da schießt er erst mal die Treppe. Komm, 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 komm. Und dann haben wir wieder gegen die Mauer gehauen. Also das geht mir auch so ein bisschen auf den Sack. Ah ja, und da das Feuer nicht da ist, sind die Gegner natürlich jetzt hier nicht platt, sondern Asen hier unten rum. So, müssen wir gucken, da kommt gleich der nächste Bolzen, nämlich. Ja, ich glaube, da hat er schon geschossen einmal. Will mich jetzt ungern von dem hier jetzt mal aufs Korn nehmen lassen, da unten. Ja, jetzt schießt er wieder. Schade, dass er seinen Landsmann nicht durch... Jawohl, hat mich da auch nochmal getroffen, ist klar. Ey, wie schnell lädt er denn heute nach? Ach, komm schon. Jetzt nur nicht unkonzentriert werden. So, jetzt hat der eine wieder geschossen. Jetzt schnappen wir uns den, dachte ich eigentlich. So, den haben wir auch gut abgewäßt. Müssen wir uns wegrollen wegen... Genau. Oder so ausweichen. Wegen dem da. So, den machen wir jetzt erst mal in Chaos. Zack. Denn eigentlich sind die nicht stark, die sind nur nervig. So, und jetzt glaubt, den anderen lasse ich jetzt erst mal, weil ich wollte jetzt nicht in die Richtung. Ich wollte ja gucken, wo wir den Schlüssel einsetzen können. Und das ist eindeutig hier unten irgendwo runter, wenn ich mich richtig erinnere. So, hier runter. So, und da war auch noch einer. Wann war das nicht zwei? Nein. Genau, da ist er. Toll. Ja, okay. Den haben wir aber auch ziemlich zügig. Ich glaube... Genau, da müssen wir jetzt da noch runter. Genau. Denn da war ja das Leuchtfeuer, glaube ich. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob da auch direkt ein Gegner war oder nicht. Kann ich gerade gar nicht sagen. Doch. Ah, der Großer. Ja, uiuiuiui. Oh, Mann. Boah. Hätte er uns nochmal getroffen, wäre es das gewesen. Am Anfang des Levels von der hohen Mauer von Lodrig, da ist auch schon so einer. So, und der schmeißt Brandbomben. Das weiß ich nämlich auch noch. Mal gucken, wie wir den ausmanövrieren. Mach mal, schmeißt ja, mach mal, schmeißt ja nicht. Und er schmeißt. So, und das, wie gesagt, war jetzt keine Kunst. Das wussten wir schon. Das Ausweichen war quasi schon der Finger draufgelegt. Und hier links stand er. Genau. So, der haut auch schön in die Wand, wie mir das auch häufig passiert. Und das ist, glaube ich, die Tür, ne? Da ist ja auch so ein Fahrstuhl zu sehen. Nein, die geht komischerweise nicht auf. Vielleicht hier unten irgendwo. Nee, hier unten war die Gefängniszelle. Oder? Guckt man da? Nee. Also hier war die Gefängniszelle. Da haben wir den Dieb ja befreit. Und ich hätte schwören können, das eine war jetzt die Tür. Weil da war ja auch so ein Fahrstuhl oder sowas zu sehen. Im Hintergrund. Ach, guck mal da. Da sind die Spießgesellen schon. Da hängt schon einer an dem Geländer rum und so. Auch toll. Also super. Ich bin mir sicher, das ist die Tür. Hm. Hm. Okay. Ach, nee. Nee, da kommt man anders hin, glaube ich. Da waren wir auch schon mal. Da kommen wir andersrum hin. Da muss man einen Leiter hochklettern. Dann ist man da. Nee, dann war das doch nicht die Tür. Hm. Nee, dann bin ich jetzt gerade überfragt. Wo kommt denn der Schlüssel dann? Ich hätte jetzt schwören können, das wäre die Tür gewesen. Ach, da hinten ist auch noch eine. Ob das dies? Hm. Jawohl, Aufzugsraumschlüssel benutzen. Nee, an die hatte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Sonst wäre ich auch sofort da abgebogen. Ähm. Ich dachte echt, das wäre die andere Tür gewesen. Aber nee, nee, da habe ich mich vertan. Da kommt man anders hin. So, und hier erwartet uns was? Äh, lauter Tote. Und? Verlies. Ach, das ist der finster Geist, oder wie das Ding hieß, ne? Was der andere in der Folge davor sagte, der bei uns im Feuerbeinschrein da an der Wand lehnt, der sagte, da kriegen wir einen großen roten Aukapfel. Sollen wir den erstmal so triggern? Mhm. Und dann können wir erstmal gucken, wie der so reagiert. Hey. Oh, 95 Schaden. Okay, der hat, ja. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Und, äh, wir müssen jetzt erst wieder runter. Hä? Rote Aukapfel. Rutschombie da. Entschuldigung. Das war jetzt keine Absicht, aber anscheinend hat dieser Fahrstuhl wieder einen Schacht. Entschuldigung. Das hab ich auch nicht, also klar, uns ist das mit dem Eismann auch schon passiert. Der Eismann ist uns ja vor ein paar Folgen auch in den Fahrstuhlschacht unten reingefallen. Ich wusste doch nicht, dass dieser Fahrstuhl jetzt auch einen Schacht hat und dass der Gegner da auch wieder reinfällt. Also sorry, Leute, das ist kein Mogeln oder so. Ich kann da auch nichts dazu, wenn die Gegner so doof sind, da reinfallen. Das hatte ich ja nicht beabsichtigt eigentlich. Wie gesagt, ich weiß ja nicht vorher, dass anscheinend hat jeder Fahrstuhl so einen Schacht. Also das wäre ein bisschen peinlich jetzt schon. Das ist der Auge in den Fahrstuhlschacht gefallen. Komm, dann gucken wir, ob wir hier noch irgendwas kriegen. Auf jeden Fall haben wir den Augeapfel bekommen und die Seelen. Der Unterschied ist wohl, das eine ist verbrauchbar und das andere ist dauerhaft. Ja genau, permanent nutzbar steht da auch. Oh Mann, das tut mir leid. Also das war jetzt echt keine Absicht. Da hab ich auch schon gar nicht mehr dran gedacht, dass der Eismann auch in den Fahrstuhlschacht gefallen ist. Aber gut, warum soll man, das ist ja Bug-Using, ne? Oder wie nennt man das? Oder, ne, eigentlich nicht. Das ist ja Level-Design, ne? Ein Loch unterm Fahrstuhl ist ja kein Bug, ne? Das ist ein Level-Design-Element. Oh, du meinst, da muss ich erst mal was kriegen. Ja, der gute Mann hat hier ganz schön gewütet, so wie das aussieht. Aber irgendwie hat keiner von denen was dabei. Wollte mal gucken, ob man vielleicht hier durch die Gitter irgendwo kann. Wir wissen ja, dass es hier bei Dark Souls Geheimgänge gibt, wenn man da draufhaut. Oder einen. Ihr, das könnte das wahrscheinlich einer sein. Nein, auch nicht. Muss man ja mal ausprobieren, ne? Tja, hier liegen viele Sachen rum. Schilder und ein Schwert habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Aber irgendwie kann man nichts mitnehmen, nicht mal zum Verkaufen. Wäre ja auch cool, wenn man so ein paar Ritterrüstungen einfach so einsammeln kann. Da liegt auch ein Riesenschwert, habe ich gerade gesehen. Und das einfach nur verkaufen kann, weil man eh bessere Sachen hat. Aber soll wohl nicht sein. Der Augapfel hier ist wohl Lohn genug. Und nirgendwo ein Geheimgang. Zack, das ist auch schon wieder ein Schwert. Und ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht hinter dem Fahrstuhl. Da hängt auch noch einer, ne? Guck mal, da steht schon wieder ein Schild. Vielleicht ist das der Trick. Vielleicht hat der was dabei. Klick. Nein, auch nicht. Gut, dann fahren wir halt wieder rauf. Dann haben wir die Schüssel auch erfolgreich eingesetzt. Nett. Kann man ja mal machen. Ich glaube auch nicht, dass ich den Augapfel für eine Invasion benutzen werde. Vielleicht, wenn wir das Spiel mal irgendwann durch haben. Vielleicht mache ich mir den Spaß mal und invasiere jemanden, der Multiplayer spielt. Ja, ich überprüfe noch mal diese Tür hier. Obwohl, ich habe die Erkenntnis eigentlich schon gehabt. Da kommt man andersrum hin. Und da waren wir auch schon. Da ist nämlich dann dieser Balkon, wo man nicht weiterkommt eigentlich. Da steht ein Gegner und dann ist gut. Mehr passiert da nicht. Egal. Gehen wir mal hier wieder hoch. Und ja. Dann sind wir eigentlich auch mit der Untotensiedlung fertig. Da würde ich aber auch noch mal, das machen wir vielleicht nächste Folge, nächste Aufnahme. Das ist die letzte Folge der Aufnahme. Da würde ich vielleicht auch noch mal gegenüber gucken. Ganz am Anfang, wo wir den Pilger gefunden haben. Da kann man auch noch gegenüber von der Brücke irgendwas erblicken. Das notiere ich mir mal eben. Und dass wir die Brücke uns noch mal angucken. Wenn man Stift jetzt schreiben würde. Brücke. Pilger. So. Und dann gucken wir uns nämlich die auch noch mal an. Wie man da rüberkommt. Da war nämlich auch noch was abzuholen. Das weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber wisst ihr was? Und wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir die anderen Gegner auch noch mit. Weil die sind wahrscheinlich jetzt uns gar nicht mehr so gewachsen, könnte ich mir vorstellen. Da haben wir uns ja doch einigermaßen schwer mitgetan. Aber mittlerweile blocken wir die einfach ab, wie man das jetzt gesehen hat. Und das ist jetzt leicht verdientes Brot. Und wenn der nachher schon nicht mehr da ist, können wir uns mal hier den Weg frei looten. So, mal gucken, ob wir gleich von denen, die da links sitzen und beten, auch noch Seelen kriegen. Ich meine aber schon, das scheint nur in der Untotensiegelung nicht so richtig zu klappen. Vielleicht hat man das nachher rausgenommen, damit es ein bisschen schwieriger ist. Und hier hat man es drin gelassen, weil man hier sich noch steigern muss. Ja, tatsächlich, 39. Ich meine, bei der Untotensiegelung ist das nicht, bei diesen komischen Gestalten. Aber hier auf jeden Fall. Und deswegen nehmen wir sie auch mit. So, nee, nee, war schon richtig da unten. Da ist noch ein letzter Gegner. Links den Flur unten, den haben wir ja schon bereinigt. Es ist nur noch der über. Also, selbst den blocken wir sehr gut ab. So, wir gehen jetzt einfach nach oben da zum nächsten Leuchtfeuer. Und farmen jetzt einfach noch mal ein bisschen. Also, Storyline ist jetzt hier wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. gegeben in der letzten Folge der Aufnahme. Wir haben ja auch schon die 20 Minuten wieder passiert. Wir gehen jetzt noch hier zum Leuchtfeuer, looten noch diese Gegner mit. Oder nehmen die Gegner noch mit, die Seelen, damit wir uns noch ein bisschen steigern können. Machen noch kurz ein bisschen Kistenmanagement, würde ich sagen. Oh, der hat mich doch noch erwischt. Und dann machen wir wieder Storyline in der nächsten Aufnahme weiter. Und zwar haben wir ja den Vateropferung, den wir uns angucken wollen. Beziehungsweise in der ersten Folge werde ich noch zwei, drei Sachen ausprobieren, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Mal gucken, wie schnell wir das hinkriegen. Und dann war hier nicht noch irgendwo ein Gegner. Und dann, genau, da. Und dann werden wir Vateropferung uns angucken. So viel sei schon mal gesagt. Ja, also hier wird jetzt Storyline-technisch, glaube ich, nichts weiter passieren. Wer noch mit dranbleiben will, ist natürlich willkommen. Wie gesagt, 20 Minuten ist so das Ziel der Folgen. Jetzt der Überhang ist jetzt nochmal so ein bisschen Bonus zum Farmen und zum Management der Ausrüstung dann gleich. Ich denke mal, wir können uns gleich auch noch steigern, hoffe ich. Da war ja irgendwie, was hatte ich mir auch geschrieben? 8.214. Dafür reicht es noch nicht ganz, aber vielleicht, wenn wir die hier oben auch noch mitnehmen und die ein oder andere Seele noch verwenden. So, erstmal diesen Schreihals. Jetzt gibt es eben gleich wieder diese Brandbomben von oben. Das brauche ich auch nicht unbedingt. So, und selbst diese, diese wirklich Nicht-Gegner geben hier 39 Seelen. Die nehme ich natürlich mit. Zack. So, oh, der hat sogar noch was anderes fallen gelassen. Hose-Tisserte, obwohl das war ja auch ein besserer Gegner. So, den haben wir. Die geben sogar nur 33. Der gerade mit dem Schwert, der sich wehren würde, der gibt weniger als die Betenden. Also das ist auch irgendwie nicht leicht zu verstehen, was sich dabei die Leute gedacht haben, die das Spiel gemacht haben. Aber egal. Soll mir egal sein. Wir metzeln ja alle nieder. Der war zum Beispiel mit 33. Auch nur 33. Naja. So, noch drei Flakons. Ich meine, wir sind ja so gut wie safe. Was soll uns jetzt hier noch passieren? In der Regel sterbe ich immer, wenn ich sowas sage. Ja, das kann natürlich auch hier noch passieren. So. Hier nochmal hoch. Und dann ist ja hier oben auch schon das Läuftfeuer. Und, äh. Ja, ach komm. Wisst ihr was? Wenn wir jetzt schon hier sind und wie gesagt, ich habe schon gesagt, Storyline geht eh jetzt nicht weiter in der Aufnahme, in der Folge. Komm, dann nehmen wir die jetzt auch noch mit hier. Die Gegner. Und dann loofen wir richtig. Dann können wir den in die nächste Stufe gleich noch einleiten. Oder einläuten, wie man so schön sagt. Aber dann nehmen wir die jetzt auch noch mit, die Gegner. Na, genau. Zack. Und dann springen wir hier noch runter. Und dann haben wir, ach, jetzt haben wir noch einen Flakon bekommen. Schön. So, der braucht echt noch einen Nachschlag quasi. Der hat nicht gereicht, von oben runter zu springen. So, der ist passé. So, jetzt haben wir schon über 7000. Wunderbar. Das läuft ja echt wie geschmiert. Da haben wir noch den Hund. Da oben den zweiten und den Mann mit der Axt, dieser großen, hellbarten Axt. Ich weiß gar nicht, da kommt er. Steht er. Normalerweise kommt er einem auch schon entgegen. Vielleicht hat er mich noch nicht gesehen. Nö. Irgendwie pausiert er da so ein bisschen. Egal. So, der kann sogar sehr gefährlich werden noch, wie man vorhin gesehen hat, unten in dem Verlies. So. 7237. Wunderbar. Komm, dann nehmen wir die hier oben auch noch mit. Auf. Hier war ja unser Mutantenfreund. Den hauen wir sofort um. Du bleibst auch hier. Mein Gott, der Ritter, der säbelt hier auch nur noch so durch. Also, da merkt man echt, dass die Steigerungen was bringen. Von auch die Rüstung und Waffen, die Verbesserung. Die Gegner haben überhaupt keine Chance hier in dem Level. Das habe ich mich teilweise hier schwer getan. Und das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. So, jetzt haben wir 7465. Jetzt können wir vielleicht noch das eine oder andere benutzen, um. Ja, genau das hier zum Beispiel. Können wir mal zwei davon, die beiden, die wir haben, benutzen. Mal gucken, was wir davon kriegen. 400. Schön. 7865. Haben wir noch irgendwas? Ach ja. Seele eines unbekannten Reisenden. Die benutzen wir auch mal. 800. Ja, und schon haben wir deutlich über den Steigerungswert, den wir brauchen. Hätte ich die mal gebraucht. Die andere hätte ich dann liegen lassen. Erst mal im Metall liegen lassen. Dann gehen wir jetzt noch mal in den Feuerbandschrein und leveln, glaube ich, noch mal. So, und eigentlich müsste ich ja auch noch mal Belastung machen. Krieger-Rundschild. Ein gewöhnlicher Hölzner-Rundschild. Die zwei Schleifern-Lachs ist das typische Zeichen, denke ich mal. Wo ist er? Da. So, und wo sind die andere Dienerinnen? Die können wir eigentlich auch mal besuchen. Mal gucken, was die so kann. Da gehen wir erstmal zuerst hin, weil steigern ist klar. Das können wir. Aber vielleicht hat die irgendwas, wo wir auch Seelen brauchen. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wo ist er? Das ist auch so ein Ding, dass man die Leute immer so blöde suchen muss irgendwie. Hallo. Wo bist du? Ich will dein innerstes Dunkel berühren. Lupf den Rock. Wo ist er? Boah. Das ist echt ein bisschen nervig. Wo ist sie denn jetzt? Hallo? Da ist der Zauberer. Wo kann sich denn... Ja, ich meine gut, die Frau ist blind. Vielleicht hat die sich verlaufen. Man weiß es nicht so genau. So wie es er. Hat er noch irgendwas zu sagen? Ah, ihr habt tatsächlich ein ordentliches rotes Auge gefunden. Sehr gut. Ich wusste, ihr seid außergewöhnlich. Ja, außergewöhnlich in Schwierigkeiten zu geraten. Was? Applaudieren. Nun plündert und stehlt, wie es euch beliebt. Da habe ich gar keine Lust. Wenn ihr eurer Pflicht überdurchsicht seid, könnt ihr auch ein Finger werden. Könntet ihr auch ein Finger werden? Kommt. Verschreibt euch Rosaria von der Kathedrale des Abgrunds. Wird. Soll ich das? Warum? Wir testen mal das Applaudieren. Ich komme mal auf jetzt testen. Nein, eigentlich ist wechseln das, was man machen sollte. Wo ist denn hier Applaudieren? Da ist es. Das testen wir jetzt auch nochmal. Yeah, super. Das ist ein Erfolg, wie man alle Gesten bekommt. Ich glaube auch nicht, dass ich alle finden werde. Manchmal muss man mit den Leuten ja zwölfmal sprechen, bis sie da das rausrücken. Aber zurück zu unserer Dienerin hier. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung. Wo mag die sich verstecken? Vielleicht steckt die ja hier oben irgendwo. Also nicht draußen, aber der Schrein ist ja jetzt auch nicht gerade so klein. Nö, hier ist er auch nicht. Bah, wo steckt die denn jetzt wieder? Also das ist echt so eine Sache, ey. Da muss ich erstmal einen Kramberger Spätlese trinken. Prost. Mein Gott, ey. Dass man die dann eben mal so suchen muss. Deswegen hatte ich auch irgendeinmal einen ersten Durchzufahr gefunden. Ich wusste nicht, ich weiß nicht, war das der Dieb oder so? Wo ich mir dann so dachte, ach so, da ist der jetzt. Was soll ich wissen? Wenn der sich wegbeamt, dass er dann hier wieder auftaucht. Ja, ich dachte, ich spreche mal mit der, ob die weiß, wo die ist. Aber anscheinend nicht. Belastung steigere ich nochmal. 8633 ist die nächste Stufe. Und die Belastung steigt auf 67. Und damit auch unsere Verteidigung und Resistenzen natürlich. Das wäre echt ganz cool, ja. Ja, jetzt weiß ich aber nicht. Ich glaube, für die Ausrüstung, Ausrüstungswechsel reicht es immer noch nicht. Muss ich mal gucken. Nee, ich glaube. Nee, ich meine. Ich, ne? Nee, ich glaube nicht. Leichte Verwägung am Nachmittag. Wir haben aber noch 73 Prozent, von daher. Nein. Ja, okay. Aber wo ist die Kollegin jetzt hin da? Ah. Ah, scheiße. Oh. Da sitzt sie. Nein, das war jetzt aber Zufall. Das wusste ich natürlich jetzt nicht, dass sie da saßt. Oh, schon mal. Ihr seid zurückgekehrt. Nämlich Ash. Ihr solltet nie Feuerhüterin werden, doch es ist mir eine Ehre, euch am Leuchtfeuer zu dienen. Äh, ich sollte nie Feuerhüterin werden. So rum. Euch am Leuchtfeuer zu dienen. Die Götter sind gnädig. Ich bin ihnen zutiefst dankbar, wie auch euch, dass du jetzt in so einer Grotte hausen magst. Okay. Ist ein bisschen kalt, ne? Nun gehöre ich euch. Euer Wunsch ist mir Befehl. Aha. Ist ja wie die Ehe. Wundererlernen. Achso. Das ist jetzt eine für die Charakterreihe Kleriker oder so, glaube ich. Mit Wunder halt hantieren. Die haben ja für jeden was. Der Schmied ist ja für die Waffenleute. Dann haben sie ja den Zauberer. Den Pyromanten. Jetzt haben sie eine, die die Wunder halt kann. Na, nett. Okay. Könnten wir jetzt eher weniger gebrauchen. Aber wer weiß, vielleicht können wir dir noch irgendwas anderes mal später kaufen oder lernen. Äh, erlaubt einstimmend zusätzlicher Zauber. Gut, das ist ein Ring, den man dann, äh, tragen muss. Das ist ein Heiligenring. Das wollte ich eigentlich nicht, weil die Ringe, die wir jetzt gerade haben, die finde ich eigentlich ganz gut. Die will ich auch behalten. Ähm, Zauber einstimmend zusätzlicher werden wir wohl eher weniger gebrauchen. Kann man aber auch durch steigern der Zauberfähigkeit, glaube ich, äh, erwirken. Ähm, es wäre eine Freude, Geschichten voller Wunder mit euch zu teilen. Das erste hatte ich jetzt so schnell weggedrückt. Offen gestanden kenne ich allerdings nur wenige. Ich hätte einen göttlichen Folianten. Könnte ich, äh, euch mehr Geschichten erzählen? Hätte ich einen göttlichen Folianten. Ah, ich vergaß mein fehlendes Augenlicht. Okay, verzeiht, aber ihr müsst mir einen göttlichen Folianten in Blindenschrift bringen. Das sollte ich mir mal notieren. Ich wünsche euch eine angenehme Reise, Aschemeister. Das schreibe ich aber, glaube ich, gleich auf. Weil wir sind so ziemlich am Ende der Folge auch. Weil wir haben jetzt alles gemacht, was wir machen wollten in der Folge, in der Aufnahme. Also nicht in der Aufnahme unbedingt, aber in dieser Folge jetzt. Die Aufnahme, äh, pausiere ich gleich aber auch erstmal. Nach sechs Folgen. Äh, ja, da weiß ich Bescheid. Wenn ich einen Folianten in Blindenschrift finde, äh, dann kann ich ihr den geben. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Waffe durchwirken. Wir hatten jetzt auch noch das Lottrick, äh, genau. Was gealtert ist? Ach nee, das war ja durchwirken. Ich wollte ja nicht verstärken. Äh, Schwertes Lottgerät. Das Plus Eins hat das auch schon. Nett. Na, da sehen wir unten dann, wir brauchen Stärke, nee, was ist denn das? Gewandtheit, ne? Äh, Gewandtheit, äh, brauchen wir 18 oder so war das, glaube ich. Ja. Genau, also ich überlege, ob wir das, ob wir das vielleicht auch behalten sollen. Bin ich aber gerade am Zweifeln. Weil das wird nicht viel besser sein als unser, als unser Langschwert, glaube ich. Ja. Naja gut, und das Titan-Ding, das, äh, Quatsch, Titan-Ding sag ich schon. Das können wir, glaube ich, äh, verkaufen, da diesen Talisman. Mal gucken. Aber erstmal brauchen wir keine weiteren Seelen, deswegen will ich es vielleicht auch erstmal in die Kiste legen wollen. Ja, und das Schild würde ich gerne nochmal benutzen. Aber ich glaube nicht, dass ich das steigern werde, weil da steht zwar Angriffskraft, ähm, erhöht auch die Haltung, wenn wir das steigern. Aber irgendwie, ich greife mit dem Schild eigentlich näher. Man kann theoretisch mit dem Schild auch schlagen. Äh, mach ich aber so gut wie nie. Könnte man mal ausprobieren, um die Gegner wegzuschubsen, aber vielleicht ein andermal. So, mal gucken. Konnten wir hier vielleicht was mit der Pyromantie noch machen? Genau, das wäre nicht schlecht, glaube ich. Ähm, da können wir dann erhöhen. Äh, von 100, äh, plus 11 auf, ähm, ja, 108 plus 12. Auch schön. Das hat uns jetzt irgendwie 180 Seelen gekostet und zwei Titanen-Scherben, zwei kleine. Ähm, ja, ich glaube, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das fliegt da so ein bisschen im Bogen und das habe ich häufiger schon benutzt. Das würde ich wohl mal benutzen wollen. Ja, was bleibt mir zu sagen? Ich, äh, lege mal die Sachen auch in die Kiste. Was, was haben wir denn überhaupt noch zum Ablegen? Das sind Sachen, die können wir nicht ablegen. Das können wir später verkaufen. Das Lottrick-Schwert, ich glaube, das lohnt sich nicht. Den, das andere verwahre ich mal drin, damit ich weiß, dass ich das noch, ja, das tolle Lenden tue. Dass ich das noch mal steigern will, das andere, das Erythrill-Schwert. Und, ähm, ja, verbraucht man erst die Holzbolzen und dann den Rest, würde ich sagen. Auch wenn wir die Holzbolzen verbraucht haben, äh, die Feiler nehmen wir die Bolzen nämlich. Ja, und von daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende jetzt hier die Folge und damit auch die Aufnahme und den nächsten Aufnahmen hoffentlich auch wieder mit Ton, ne? Ciao, macht's gut dann raus, wo immer ihr auch seid. Ich bin raus, euer Hülger. Ciao.